Mach erstmal eine Pause, Thomas. Das kann nicht schaden. Spannet und fesselten. Ja, es ist aber auch so, ich hab's halt... Man liest das und weiß, was du meinst, sozusagen. Da ist es mir gar nicht aufgefallen. Spannet und fesselten. Ach, geil, Svenny. So, mit Sherlock Holmes in der Neuzeit. Okay. Wenn wir schon mal hier sind im Dorf, dann können wir auch gleich looten. Und vielleicht einen erschießen, der von da drüben rübergerannt kommt. Oder der uns. Oh, da kommt er. Oh, da kommt er. Ach so, ich möchte nicht Kopfhörern. Ah, hat er nochmal Glück gehabt. Da kriegt er sein Helm nochmal zurück. Hier habe ich eine blaue Unterrüstung. Ach, scheiß drauf. Der arme, arme Seele. Der arme Seele in Not. Hat er aber scheinbar zu Ende gelootet. Eine Thermal-Uhr. Oh, was sehe ich dort? Alter Schwede, jetzt muss ich Platz machen hier. Ja, ich weiß nicht. Also, ich finde es okay. Ich finde sie okay. Aber ich muss sagen. Kennt jemand den Film Sherlock Holmes mit? Jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Der hier Iron Man spielt. Donnie Stark, sozusagen. Donnie Stark, sozusagen. Den finde ich besser. Also, den muss ich wirklich alleine auch. Finde ich um meinen besser, sozusagen. Also, es ist okay. Aber ich mag das ältere Setting, so das alte London, mehr. Und der Sherlock ist mir ja manchmal auch ein bisschen zu arrogant. Alter, wie er... Er hat den Arsch hoch gemacht. Wie er... Ich dachte, er macht zum Fenster raus rückwärts. Das wäre es gewesen. Was für ein Stunt. Und... Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sind schon wieder voll, das Christli kann raus. Es hat ja nicht mehr so viel Aufladung. Das kann ich trinken. Plunter, nutzloser Plunter. Für mich jedenfalls, ich weiß nicht. Die Seife kann auch weg. 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 Da liegt der arme Meisenmann im Dreck. Er wollte es unbedingt wissen, aber es war doch dein Bruder. Einfach nicht zuhören, was ich erzähle. Das ist manchmal nicht für menschliche Ohren gedacht. Okay, hat sich der Zeitaufwand richtig gelohnt, Thomas. Was? Ja, verpiss dich. Boah, Alter, ich bin so überladen. Warte mal ein Magazin. Das ist der nächste Sportsfreund. Die VBO kann ich wegschmeißen, denn da draußen hat er eine M4, glaube ich. Prost! Was aber ein Discman! Oh, Peter! Jemand von euch eine Lab-Scout oder sowas dabei? Mach erstmal eine Pause, das kann nicht schaden. Hat die Ratte hier noch gesessen, Alter? Glaubt man sowas? Junge, 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 Junge. Dem habe ich aber das Fell abgezogen. Klasse, mein Geschoss. Voll der Bude. Dann trinken wir noch mal ein Schlückchen. Ey, guck, drei Leute gekillt. Gut Loot hier und da sind schon fast 60.000, äh, über 60.000 das gefunden. Und, Alter, leck mich am Arsch, sag ich euch. So, ich hoffe, das war's jetzt hier hinten. Das ist reingerannt. Damit mich jetzt in Ruhe looten lässt. Alter, Level 42. Halleluja. Alter, Level 43.000, äh, über 60.000, äh, über 60.000, äh. Ich muss Rucksäcke mitnehmen, bei mir ist der große Rucksackmangel ausgebrochen. Alter, er ist zornig. Ist der Hund zerrissen? Schnell weg da. Oh. 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 Ach ja, gut, der eine Stash war gleich hier hinten. So. Beim Sniperfelsen, wo früher mal das Exfil war. Der andere ist in der Nähe vom Jägercamp. Und der andere dann Richtung ZB014. Das wäre das i-Tüpfelchen, wenn wir die Quest jetzt dann direkt noch schaffen. Dann wäre das ein super geiler Rade. So. 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 Das war's für heute. Alter Schwede, lassen die den Wasserfilter da drin liegen. Ach nee, das Ding kostet 27 Dollar. Aber da muss man jetzt nicht ewig noch rumobern. Geil, oder? Wir sind raus. Quest geschafft. 6500 XP. 4 Spieler, 6 Kräfte. Kann sich sehen lassen. 40er, 42er. Es ist die Anmut selbst. Und ihr Charme ist von einer Herzlichkeit, die ich in überhaupt noch nie erlebt habe. Dankeschön, Dopa, für die 10 Bits.